Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Das Thema meiner Morgenandacht lautet heute das Evangelium und deine Spende. Vielleicht sagt es jetzt schon, André, ich weiß worauf das hinausläuft. Du willst sagen, wir sollen spenden, damit das Evangelium weiter verbreitet werden kann. Nein, darum geht es heute nicht. Das ist zwar definitiv eine gute Absicht zu spenden, damit das Evangelium weiter verbreitet werden kann, aber ich möchte vorher ansetzen und den Punkt deutlich machen, dass das Evangelium uns überhaupt zum Spenden ermutigt. Ich bin gerade in meiner Morgenandachtsreihe in 2. Korinther 8 und 9. Es geht um eine Reihe zum Thema Spenden, denn 2. Korinther 8 und 9 sind eigentlich die wichtigsten Kapitel im Neuen Testament, wenn es um das Thema Spenden geht. Und wir sind mittlerweile in Kapitel 8, Vers 9 angelangt. Und da heißt es, Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Das ist ja ein Vers, der wird häufig an Weihnachten zitiert. Und nicht ganz unberechtigt, denn es geht ja auch in diesem Vers um die Menschwerdung Jesu. Aber wir müssen den Kontext berücksichtigen. Es geht hier um das Thema Spenden. Paulus versucht im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, die Korinther zum Spenden für die armen Christen in Jerusalem zu motivieren. Und jetzt führt er ein erstaunliches Argument an, um die Korinther zum Spenden zu ermutigen. Es ist das Evangelium selbst. Paulus sagt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde. Ich weiß nicht, ob du schon mal herabgesetzt wurdest. Vielleicht in einem Unternehmen, du hattest eine recht gehobene Stellung und bist herabgesetzt worden. Du bist nicht mehr Geschäftsführer, sondern nur noch Abteilungsleiter. Sowas fühlt sich nicht besonders gut an. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist so weit runtergegangen, du warst Geschäftsführer eines ziemlich hochdotierten Unternehmens. Du hattest sämtliche Privilegien, ein Firmenwagen, hohes Gehalt, Prämien und hast das alles verloren und musst wie ein Teenager Zeitungen austeilen. Versetz dich einfach mal in die Situation eines solchen Mannes. Ein unglaublich großer Abstieg, oder? Viel, viel größer war der Abstieg Jesu. Viel, viel größer. Er hatte im Himmel völliges Ansehen. Er wurde angebetet von Engeln. Er hatte eine wunderbare Stellung als Sohn Gottes. Jesus sagt nämlich in Johannes 17 in dem Gebet, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er hatte diese Herrlichkeit. Philippa 2 erhielt sie aber nicht für ein Raub fest, sondern er ließ los. Und er kam auf unsere Erde. Das ist ein unglaublich großer Abstieg. Er hat nicht nur die Herrlichkeit aufgegeben, er ist als heiliger Sohn Gottes in eine sündhafte Welt gekommen. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Was für ein Abstieg. Und dann hat sich Jesus ja noch nicht mal entschieden, als König hier auf die Erde in einem Palast zu kommen, sondern er kam als Baby, er wurde geboren, er ist absolut arm geworden. Und Paulus sagt, das alles ist passiert, damit wir durch seine Armut reich wurden. Er ist arm geworden, er hat die Herrlichkeit aufgegeben, er ist bedürftig geworden, damit wir reich werden, damit wir durch sein Werk reich werden. Und hier geht es um einen geistlichen Reichtum. Es geht um geistliche Segnungen, die Paulus zum Beispiel in Epheser 1 auflistet. Wir sind durch Christus versöhnt worden mit Gott. Wir sind durch Christus, dadurch, dass er arm geworden ist, dass er in unsere Welt kam, sind wir gerechtfertigt worden. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wir sind adoptiert worden in seine Familie. Wir sind Kinder Gottes geworden. All das sind unglaubliche Privilegien, die wir genießen, aber sie wurden uns nur zuteil, weil er arm geworden ist. Weil er sich entschieden hat, ich gebe den Reichtum der Herrlichkeit im Himmel auf, werde arm, komm in diese Welt, um elende Sünder zu retten. Und genau diese Wahrheit führt Paulus an in Bezug auf das Spenden. Er sagt, ihr seid reich geworden geistlich, weil Christus arm geworden ist. Gott ist die großzügigste Person im Universum. Niemand hat mehr gegeben. Und das ist unsere Motivation zum Spenden. Es ist das Evangelium selbst. Wenn Gott, wenn Christus arm geworden ist, damit wir reich werden, sollte das doch auch unsere Motivation sein, von unserem Überfluss zu geben, in dem Sinne arm zu werden, etwas loszulassen, etwas wegzugeben, damit andere gesegnet werden. Denn genau das ist das Evangelium. Und ich möchte dich zum Spenden ermutigen, durch diese wunderbare Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist unser Antrieb. Es ist nicht der Pastor, der zum Spenden aufruft. Es ist nicht in erster Linie das Gesetz, du sollst. Es ist vor allen Dingen das Evangelium. Christus hat so etwas Wunderbares getan. Wir wollen ihm nachahmen. Und deswegen lade ich dich ein, das Thema Spenden mit der Brille des Evangeliums zu sehen. Mach dir deine Gedanken drüber, was das für dich bedeutet, sehr konkret. Überdenke mal einfach auch deine Einstellung, deine Herzenshaltung zum Spenden. Und lass dich durch das Evangelium motivieren, Gottes Wesen nachzuahmen. Ein Gott, der unglaublich freigiebig und großzügig ist. In diesem Sinne, eine gesegnete Woche wünsche ich euch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!